Wenn das Klima eine Bank bewegt, wird er schon längst gerettet worden. Zitat, Professor Latif, etwa 10 Minuten alt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich, auch im Namen meines Kollegen Josef Theising. Ja, mein Name ist Mojib Latif, ich bin Professor für Klimaphysik am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel. Ich erzähle heute Abend in Melle über den Klimawandel, was die Folgen sein könnten, was wir aber auch dagegen tun können und dass es höchste Eisenbahn ist, tatsächlich mit dem Klimaschutz zu beginnen. Der Klimawandel, der ist im vollen Gange, das sehen wir an der Temperatur, die ist weltweit seit etwa 100 Jahren um 0,7 Grad gestiegen. Das heißt, der Erde zieht sich zurück und der Meeresspiegel, der ist auch schon gestiegen, ungefähr um 20 Zentimeter. Das heißt, der Erde ist ein Schuss, der Erde ist ein Schuss, der Erde ist ein Schuss. Das heißt, der Erde ist ein Schuss, der Erde ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020